Freunde, ihr wisst ihr, dass in Deutschland Pfeil aus hoher Wasser macht? Also hier, die Wasser aus der Kanalisierung kommt in ein Ort. Und aus diesem Ort nimmt man Wasser und macht Pfeil. Schaut euch das nächste Video. Es ist lecker, man merkt nicht, dass es ein Abwasser ist. Es ist wirklich gut, es ist wirklich gut. Es ist mild und schmeckt super. Alle Brauereien, die ganzen Herstellungs- oder Lieferanten für die Brauerei reden über Wasser. Und auch der Brauer selber beschäftigt es so sehr mit Wasser. Dementsprechend zeigt es einfach, dass man eben durch die geeigneten Maßnahmen wirklich das, was man ableitet, auch wieder nutzen kann zum Herstellen eines hochqualitativ wertvollen Virus. Und das ist wirklich gut. oder nicht.